Ich muss meine Kopfschmerzen auf! Schöne Arme! Warte, das ist unsere Arme. Wir müssen unsere Arme finden, um die Kopfschmerzen zurück zu finden. Findet ihr den Arme? Äh, so wie ich ihn muss an das so was... Oh Gott! Komm, Blair, figure it out! Nein, 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 nein! Nein! Oh Gott, ist das... Stückchen verkehrt laufen ist nicht so einfach. Schau mal, kann ich... kann ich nicht... Nee, ich... Funktioniert nicht, verdammt! Äh, warte mal, ich muss... Oh Gott! Oh Gott! Holy crap! Ich muss in die Richtung und dann so... Komm, du hast keine Balls zu licken? Komm, komm, ich meine Balls. Äh, warte mal, warte mal... Warte mal auf... Warte mal auf? Ja. Okay, now, don't go anywhere! There we go! Ow! Much better! Much better. Good boy! Who's a good doggie? That's right, Sid! Ha! Now to find the X-Pay! Ooh! You know! Rogue! Ooh! Uh! No one could survive that! He's dead! Just shut up and look! We gotta confirm with Blockbuster! Im Gefängnis. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie da rein. Hier vielleicht? Nee? Okay. Dann nochmal zurück. Ah! Deadpool! Get him! Oh, he had a lost gun! Ah! 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 Okay. Wir brauchen jetzt irgendwo wieder so ein, äh, Energiezellending, glaub ich. Oder? Nee, wir können direkt interagieren. Okay. Let's see what's behind door number one. So where are we now? Looks like some kind of genoshian prison. Prison? I was able to read a blurb about it before someone tore up Highmoons script. Hey, that was cathartic. I don't know why we're still trying to follow that stupid script. That's what we've been doing? Whatever! New script! Save Rogue! Make her fall madly in love with us! Done! Happy? We're better at improv. Ja. Wir improvisieren einfach. Ähm. Okay. Also da war jetzt nix besonderes mehr drin, oder? Warte mal. Nee. Hier geht's nirgends weiter. Dann müssen wir weiter suchen. Den hier kann ich nicht. In die Richtung geht's nicht. Okay. Da hoch. Äh. Hier lang? Hier lang. Das klingt doch plausibel. Ähm. Nee, da komm ich her, oder? Da komm ich hier her. Na? Nee, da komm ich nicht her. Oh shit! Hey, what's up? Und da hinten oben. Wo komm ich denn da jetzt hin? Ah, ich glaub ich hab ne Idee. Nee, da komm ich nicht her. Na gut, wir müssen jetzt einstreifen. Ja! Ah! Shane, Shane, Shane! Oh, okay. Oh! Ah! 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 Was bist du denn für einer? Ah! Oh, da kommen noch mehr solche. Ach du Scheiße. Was haben die sich jetzt gerade eben selbst in die Luft gesprengt? Weil mit meiner Combo war ich das glaube ich nicht, oder? Die sprengen sich tatsächlich selbst. Okay, da müssen wir Vorsicht walten lassen. Au. Au. Bup. Bup. Hehehe. To the arena. Na wunderbar, da freuen wir uns doch auf den nächsten Arena-Kampf, oder? Du musst mal duschen gehen, dann lass uns doch mal noch ganz kurz bis zum, oh Gott, da sieht so einer, der sich sprengt bis zum nächsten Speicherpunkt, hältst du das noch aus? Weil dann würde ich nämlich Feierabend machen für heute. Äh, hopp. W-w-w-w-w, du willst noch ein bisschen was für die Arbeit machen? Oh Gott, Alter. Dann da hoch. Dann da hoch. Äh, und jetzt? Äh, äh, diddum? Rot in pieces. Ähm. Wie geht's weiter? Springen kann ich hier nicht? Da drüben vielleicht? Ne. Bin ich, bin ich jetzt bekloppt? Hier... Unten. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wart mal, da drüben entlang. Da komm ich her, ne? Ja. Hier geht's... wieder runter. Hey, Numbnuts! Du weißt doch, welcher ist der Schuss-Button, oder? Versuch nicht, mich zu verabschieden! Okay, ne, da unten, da kommen wir wieder runter. Da kommen wir her. Da kommen wir her. Hier geht's zur Arena. Aber wo ist diese Arena? Hier hinten... Hier geht's nach oben, und hier geht's nicht nach oben. Das heißt, wir müssen schon hier entlang, auf jeden Fall. To the Arena. Hier steht's ja auch, genau. Und da, ne? Okay, jetzt haben wir... Ich passe es nicht, Alter. Okay, was passiert, wenn wir fertig machen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich gehe bei Weih. Uhhh... Hey, Blut in your pee is normal, right? It burns so good! I think I just passed a stone! Goddammit! Shoes! Oh, nein! Wie der Linke sieht so... You're getting not cool, man! Really? Not one to judge, but why don't your drapes match the carpet? Dude, don't look! I'm trying to go here. You should really have those moles checked. Is this normal? Hey, covered wagon! I haven't seen one of those in years. It's disgusting. You know, you get head cheese under there. You know, I had a friend who had two holes on it. Called him Dose. Hey, look at that, buddy. Ever seen anything like that that was still white? Really? Wow! Okay, I get it. Never break the guy code again. What the? Damn it! I can't think of any good dick jokes. What a wasted opportunity. Oh, nice. He called him Dose. Oh, look. Eh, we can do that again. We can do that again. This is nicer than my apartment. For the glorious benefits! Why is it so dark here? Why is it so dark here? That's the question of all the questions. The question of all the questions. The question of all the questions. We have to start now. And then we can do it at the end of the time. We can do it in the rest of the day. I can do it in the rest of the day. And, eh. I'm going to do it tomorrow morning. Yeah, I don't have to do it anymore. I'm going to do it now. How long have we actually? 2.48? That's it, we have 3.25. Wow! Ah! 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 mindestens ein uhr da ist lange nacht der wissenschaften oh mein gott das klingt so gehoben und so elitär und das ist eigentlich muss arbeiten und dann ist sonntag erstmal ausschlafen und gesagt sonntag könnte man vielleicht mal eine runde wieder streamen und mal gucken ich werde es auf jeden fall im channel unten in den channel feed wenn ich das reinpacken morgen auf jeden fall vielleicht nicht direkt 18 uhr sondern eher 19 uhr oder so aber das sehen wir und dann erst um halb acht zu hause alter gehst du wieder auf die fitz machst du wieder mädelsklau oder was ach ja nee krieg mal hin ich muss auch gucken also wenn ich bis 18 uhr morgen tatsächlich arbeite dann bin ich erst um halb acht zu hause weil ich bin ja eineinhalb stunden unterwegs das ist dann machen wir halt halb acht halb acht starten dann könnten wir acht halb neun neun bis halb zehn machen wir wieder zwei stunden und dann ist der jut irgendwie so in dem rahmen ne und wir müssen ja erst am letzten kontrollpunkt starten wer weiß wo der liegt und dann dauert das ganze noch ein bisschen bis wir wieder an der stelle sind wo wir gerade waren es ist saugeil und ich muss diesen spruch auswendig lernen fachmesse über kunststoff wer weiß wo genau ok ja dann viel spaß auf dieser fachmesse mit schule über kunststoff landen schön was über die einzelnen kunststoffgitter na wobei es landen auf fachmessen glaube ich nicht wie kunststoffe vernetzt sind alles klar schönen abend dir haut rein und viel spaß beim duschen bleib arig ja wir sehen hören spielen uns dann morgen bis dahin hau rein und einen schönen abend noch ciao ciao